Ich habe für dich jetzt schon das ein oder andere Video aufgenommen, welche Verantwortung du als Unternehmer für Mitarbeiter in deinem Unternehmen hast. Und viele Unternehmen unterschätzen es vor allen Dingen, welche Strahlkraft ein glücklicher, zufriedener, kreativer und produktiver Mitarbeiter auf deine Kundschaft hat, auf deren Umfeld hat. Welche Möglichkeiten du nutzen kannst, Mitarbeiter zu deinen Fans zu machen, zu deinem Marketingbotschafter zu machen. Die meisten Unternehmen, alleine schon in der Bezeichnung der entsprechenden unternehmerischen Einheit, kannst du es ablesen, betrachten Mitarbeiter als Human Resources. Ja, was sind denn eigentlich Human Resources? Sie erfüllen einen bestimmten Zweck. Dafür werden sie eingestellt. Sie sind einen bestimmten Teil ihrer täglichen Lebenszeit in deinem Unternehmen beschäftigt, um genau diesen Zweck zu erfüllen. In den Augen der meisten Unternehmer verdienen sie sowieso viel zu viel Geld. Und sie sind auch noch so frech, um sich in größeren Konzernstrukturen üblich auch noch innerhalb des Unternehmens zu organisieren. Als Betriebsrat, als Personalrat oder in Gewerkschaften. Darüber hinaus haben natürlich Unternehmer häufig den, nennen wir es mal den Ansatz, Mitarbeiter sind austauschbar. Wenn du nicht tust, was ich will, dann tausche ich dich einfach aus. Das funktioniert bis zu bestimmten Unternehmensgrößen relativ unkompliziert, aber das ist doch keine Message an einen Mitarbeiter. Das ist keine Message an ein Team. Du kennst die Statistik und ich werde sie dir auch noch in verschiedenen anderen Videos immer mal wieder zeigen. Dass ca. 80% der Menschen, die in Deutschland in einem angestellten Job arbeiten, Wenn du sie befragst, wie glücklich sind sie mit dieser Aufgabe, sagen, sie fühlen sich nicht unbedingt herausgefordert. Sie fühlen sich nicht wohl, sie mögen diesen Job im Zweifel nicht mal. Und da sind wir in Deutschland mit einer Quote von 80% noch relativ gut. In Japan beispielsweise liegt die Quote der unglücklichen Arbeitnehmer bei ca. 95%. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass 95% der Menschen einen Job ausüben, sich dafür auch noch bereit erklären, obwohl sie ihn nicht mal mögen, aus dem Zwang heraus, dass er ihnen zumindest ermöglicht, so viel Einkommen zu produzieren, dass sie davon ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Traurig. In den USA liegt die Quote übrigens bei ca. 90%. Aber was sagt uns das denn eigentlich? 80% der Mitarbeiter, die ihren Job nicht mögen, die werden in deinem Unternehmen, das wird in einem anderen Video noch ein bisschen tiefer gelegt für dich, gar nicht wirklich produktiv. Das heißt, du brauchst Mitarbeiter, die absolut committed sind auf dein Unternehmen. Dazu gab es schon mal ein Video, aber heute gern noch mal ein bisschen mehr dazu. Was wäre denn, wenn deine Mitarbeiter nicht nur Mitarbeiter sind, sondern Fans deines Unternehmens sind? Was wäre, wenn sie rausgehen und Freunden, Familien, Bekannten davon erzählen, was du für ein großartiges Unternehmen hingestellt hast und wie glücklich sie in der Ausübung ihrer Aufgabe in deiner Firma sind? Und dazu musst du gar nicht so viele verschiedene Dinge tun. Es gibt allerdings ein paar Themen, die ich dir heute gern mal mitgeben möchte. Eins, natürlich ganz vornweg, es ist und es steht und fällt mit der Qualität, wie du Mitarbeiter rekrutierst. Also, welche Ansprüche hast du? Du kennst das Video dazu, wie du die richtigen Mitarbeiter findest. Aber welche Ansprüche hast du an diesen Mitarbeiter? Kann er sie erfüllen? Es geht um die Persönlichkeit des Mitarbeiters und natürlich, welche Sicht auf das Unternehmen hat derjenige, der dann darin arbeiten soll. Zweitens, welche Story möchte denn dieser Mitarbeiter für sich in deinem Unternehmen schreiben? Ich kenne kein Unternehmen, was ich bisher kennengelernt habe, die diese Frage in den Rekrutierungsprozess einbaut. Es geht nur darum, wo siehst du dich in fünf Jahren? Aber eigentlich müsste die Frage doch heißen, wo siehst du dich innerhalb unseres Unternehmens mit uns gemeinsam in den nächsten fünf Jahren? So wird ein Schuh draus. So wird der Mitarbeiter auch dazu eingeladen, sich zu einem elementaren Bestandteil des Unternehmens zu machen und als wir zu denken und nicht als Individuum. Du kannst natürlich das Individuum fördern, solltest du auch. Aber im Verständnis des unternehmerischen Erfolgs geht es um das Wir, um das Team, um das große Ganze. Also lade den Mitarbeiter doch gern ein, sich diese Frage zu stellen. Und wenn er sie nicht sofort beantworten kann, dann schick ihn nicht direkt nach Hause und sag, okay, wir melden uns, sondern gib ihm die Gelegenheit, sich darüber Gedanken zu machen. Vielleicht hat er noch gar nicht so viel Einblicke in dein Unternehmen und noch viele Fragen. Aber du kannst ihm die Gelegenheit geben, diese Fragen zu stellen. Aber das auch ist ein Signal, dass du möchtest, dass Menschen mit dir gemeinsam wachsen. Ein weiterer Punkt ist, dass sich unglaublich viele Arbeitgeber überhaupt keine Gedanken um die persönliche Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter machen. Sie werden zugeschüttet mit Qualifikationsmaßnahmen zu erforderlichen Skills, die sie im Rahmen ihrer Aufgabe brauchen. Aber Menschen wachsen ja nicht nur durch die Aneignung von Fähigkeiten und weil sie in dieser Fähigkeit irgendwann mal immer besser werden und bis zur Perfektion kommen. Aber das entwickelt alleine die Persönlichkeit des Mitarbeiters ja nicht vollumfänglich. Also was für Möglichkeiten kannst du nutzen, um deinen Mitarbeitern auch in der Persönlichkeitsentwicklung weiterzuhelfen? Und auch hier denk mal bitte out of the box. Nicht immer nur, was du als Unternehmen brauchst, sondern was dieser Mitarbeiter braucht, um vielleicht auch in seiner Verantwortung für die Menschen, für die er Sorge trägt, für die Menschen, für seine Familie, für die er im Prinzip auch seine Arbeitszeit aufwendet, damit er ein Einkommen mit nach Hause bringen kann, was der Familie Lebensqualität geben kann. Was ist ihm in diesem Rahmen wichtig? Und wie kannst du ihn dabei unterstützen, auch in diesen Themen persönlich zu wachsen? Spielt eine große Rolle, machen ganz wenige, sorgt aber dafür, dass dein Mitarbeiter mitbekommt, wow, mein Chef, der möchte also auch, dass ich mich als Persönlichkeit weiterentwicke. Das musst du dem nicht direkt so eins zu eins Gesicht sagen. Das merkt der dann schon. Ein weiteres Thema, was du nutzen kannst, um Mitarbeiter zu Fans zu machen. Natürlich hat auch das Thema Freiheit des Handelns etwas damit zu tun. Wenn Mitarbeiter nur in ganz engen Leitplanken vorhanden, sagen wir mal, arbeiten können, beispielsweise durch die Limitierung von Regeln, wo du eben sagst, okay, ein Mitarbeiter darf nur innerhalb eines ganz bestimmten Budgets entscheiden oder bei jeder Entscheidung muss er dich fragen oder er hat überhaupt keine Entscheidungsbefugnis. All diese Dinge limitieren Menschen, obwohl sie natürlich auch mit einem gesunden Menschenverstand ausgestattet sind. Du kannst solche Regeln anwenden, immer dann, wenn du standardisierte Prozesse hast, wo im Prinzip Arbeitsschritt 1 bis Arbeitsschritt 25 einmal komplett strukturiert und standardisiert abläuft. Da musst du keine Freiheitsgrade schaffen. Aber in unternehmerischen Aufgaben, wo Freiheitsgrade möglich sind, gibt diese Freiheit deinen Mitarbeitern auch nach gesundem Menschenverstand im Interesse des Unternehmens zu entscheiden. Das ist eine Riesenbaustelle bei ganz vielen, weil ein Chef natürlich auch gern die Kontrolle behält und es ihm schwerfällt oder ihr schwerfällt, auch Kontrolle abzugeben. Es gibt verschiedene Veranstaltungsformate, wo beispielsweise Menschen, die da Teilnehmer sind, dazu aufgefordert werden, wenn du hier bist, dann teile doch gern mit deiner Social Media Community, dass du jetzt gerade hier bist. Erzähl den Leuten da draußen, was du hier tust, warum du hier bist. Was wäre, wenn du als Unternehmen deine Mitarbeiter für ihre Social Media Aktivitäten belohnst, weil sie deinem Unternehmen eine Aufmerksamkeit bei ihrer Community schaffen. Auch das kann durchaus ein Treiber sein, wenn du es verstehst, Mitarbeiter zu motivieren und sie zu einem Bestandteil deines Unternehmens als Fan zu machen und nicht als einfaches Objekt, was austauschbar ist. Ich habe von einem befreundeten Unternehmen mal die Info bekommen, sie machen jedes Jahr, zweimal im Jahr, ein Mitarbeiter-Event. Aber das ist kein Mitarbeiter-Event, was darauf einzahlt, pushy, pushy, die nächsten Vertriebszahlen irgendwie vorzustellen und dann Ziele auszurufen und dann alle an die Arbeit, sondern es sind Family-Events. Es sind Events, die das Unternehmen gestaltet, mit sportlichen Aktivitäten, mit irgendwelchen Ideen für die Kinder, aber eben auch im Get-Together miteinander, dass das Unternehmen so ein bisschen einen familiären, nennen wir es mal Touch bekommt. Was ist es wert, wenn du als Unternehmer weißt, was für Menschen im Umfeld der Mitarbeiter sind, die jeden Tag in dein Unternehmen kommen und mit dir gemeinsam an deinem Erfolg arbeiten? Wie großartig wäre das, wenn du ein bisschen Nähe zulässt, ob du sie jetzt zu dir nach Hause einlädst oder ob du einfach eine superschöne Location auswählst, wo du einen Family-Tag machst, einen Barbecue-Tag, was auch immer. Ich glaube, es gibt unzählige Möglichkeiten, was du für die Familien einmal oder zweimal im Jahr von deinen Mitarbeitern tun kannst, um einander kennenzulernen, um ein Umfeld zu schaffen, in dem auch Familie wichtig ist, in dem auch das Kennenlernen wichtig ist und du einen Zugang zu deren Background bekommst. Es ist unglaublich intensiv und zumindest aus dem Unternehmen, von dem ich gerade spreche, weiß ich, dass jeder Mitarbeiter sich jedes Jahr darauf freut, weil natürlich auch Kontakte geknüpft werden über solche Veranstaltungsformate. Ist ein tolles Format, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Wertschätzung zu zeigen. Natürlich geht es auch, ich hatte dir das in einem anderen Video mal erzählt, die Dresdner Bank damals mit einem entsprechenden Entwicklungsprogramm für Ideen, für Konzepte, für Kreativität, aber vielleicht auch für die Gewinnung neuer Mitarbeiter. Niemand weiß so gut wie deine Mitarbeiter nach deinem Briefing und ihrem Erlebnis in deinem Unternehmen, wer besser zum Unternehmen passt. Und deswegen lade deine Mitarbeiter doch gern dazu ein, Augen und Ohren offen zu halten in ihrem Umfeld, falls sie irgendwann mal mitbekommen, dass da jemand ist, der alles mitbringt, was in deiner Firma gesucht wird und der die Persönlichkeit mitbringt, die du in deinem Unternehmen haben willst, diesen Mitarbeiter für ein vielleicht auch spontanes Bewerbungsgespräch ohne einen bestimmten Anlass mal einzuladen. Und wenn es nur darum geht, dass dieser potenziell neue Mitarbeiter seine Daten bei dir abgeben kann, du dir einen Eindruck verschaffen kannst und sobald du eine Vakanz schaffst, diesen Menschen anzusprechen. Damit hast du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Headhuntern gemacht in deinem Unternehmen. Und auch das funktioniert auf eine wunderbare Art und Weise. Dafür gibt es eine Menge tolle Beispiele. Also, wenn du Mitarbeiter tatsächlich nicht nur als Mitarbeiter betrachtest, sondern auch als Marketingbooster, als jemanden, der für dein Unternehmen in seinem gesamten Außenauftritt spricht und steht, dann hast du eine Erfolgswahrscheinlichkeit weit über 80%, dass dein Unternehmen die richtigen Menschen anzieht, auf Mitarbeiterebene und auch auf Kundenebene. Denn stell dir einfach mal vor, was sagen Menschen, die potenzielle Kunden deines Unternehmens sein können, wenn sie mit jemandem in Berührung kommen, der außerhalb seines Arbeitsradios von deinem Unternehmen als Fan spricht. So ähnlich ist es übrigens, wenn du ins Kino gehst und einen tollen Film siehst. Du erzählst draußen Menschen, wie toll dieser Film war und du empfiehlst ihnen, sich diesen Film anzuschauen. Das machst du ganz ohne eine entsprechende Aufgabe dahinter. Niemand hat dich gebeten, diesen Film zu empfehlen. Das machst du, weil du es toll findest. Und jetzt übersetzt das mal bitte in dein Unternehmen. Wenn Mitarbeiter über dein Unternehmen im Außen sprechen, wenn sie es Freunden und Bekannten empfehlen als Arbeitgeber, wenn sie über die Produkte und Dienstleistungen sprechen, wenn sie über das Universum deines, nennen wir es mal Angebots sprechen, was ist das für eine Message? Wenn sie es von sich aus tun, nicht weil du sie dafür bezahlst, sondern weil sie begeistert sind. Wir reden wieder über das Thema Arbeitsumfeld. Dann hast du Mitarbeiter zum Marketingbooster deiner Message gemacht, deiner Vision gemacht und hast natürlich alle Chancen, die andere liegen lassen, weil sie Menschen leider eben nur als Human Resources, als austauschbare Güter betrachten. Vielleicht gibt dir dieses Video einen Impuls dazu, mal nachzudenken, wie es aktuell in deinem Unternehmen aussieht. Vielleicht bist du aber auch gerade in einem solchen Unternehmen beschäftigt, wo genau die Dinge so nicht funktionieren. Und vielleicht denkst du auch gerade darüber nach, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen und genau so ein Unternehmen hinzustellen, wie ich es dir gerade beschrieben habe. Wenn dich das in irgendeiner Form anspricht, dann fühle dich herzlich eingeladen, weiter auf diesem Kanal zu bleiben. Das schaffst du, indem du abonnierst, die Glocke betätigst und kein weiteres Video mehr verpasst. Denn wir reden natürlich nicht nur über Business. Wir reden auch darüber, was du mit dem Erfolg aus deinem Business machst, nämlich über den Aufbau und die Weiterentwicklung von Vermögenswerten. Wir reden darüber, was in deinem Kopf passieren muss, damit du dich als Persönlichkeit entwickeln kannst und vieles, vieles mehr. Also, dranbleiben im Kanal. Ich wünsche dir jetzt alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.